Deine Taten auf Ruxus Prime haben dem Imperator missfallen. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen, wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde. Wenn sie Verdacht schöpfen, dann war alles umsonst. Warte nicht zu lange. Kontaktiere uns. Könnt ihr ihm vertrauen? Vader wird meine Mission nicht gefährden, selbst wenn er an mir zweifelt. Sind wir schon da? Wir haben Corellia erreicht. Sie sind hier. Vail und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Nun, was werdet ihr damit machen? Habt Vertrauen. Ja? Ich tue das Richtige. Für uns beide. Die Zeit der Diplomatie und Politik ist vorbei. Das steht fest. Es ist Zeit zu handeln. Wenn ihr uns anführt, treten wir eurer Allianz bei. Ich ebenso. Ich dachte, ihr liegt unmächtig im Frachtraum. Ich bin zu mir gekommen. Dann ist es geklärt. Ich finanziere die Rebellion, Garm stellt uns die Flotte, Mon Mottmar Soldaten. Und wenn ihr uns führt, haben wir die Macht auf unserer Seite. Dann erklären wir hiermit offiziell die Rebellion. Heute geloben wir, die Galaxis zu verändern. Und irgendwann wird sie wirklich frei sein. Nein. Roxy! Unterbrechen! Unterbrechen! Fangt sie lebend. Der Imperator will sie persönlich exekutieren. Das hast du gut gemacht, mein Schüler. Ihr wolltet euch doch raushalten! Ich habe dich belogen. Wie schon von Anfang an. Ihr wolltet den Imperator nie vernichten. Nicht mit dir. Nein. Ohne mich, werdet ihr nie frei sein. Nein. AMAGEN Sie sind fort. Vader nahm sie mit zum Imperator. Ich verstehe nicht. Warum ließ Vader uns so viele imperiale Ziele angreifen? Damit alles echt wirkt. Credits, Raumschiffe, imperiale Leben. Sie alle bedeuten Vader nichts. Er brauchte mich, um die Feinde des Imperators zu finden. Um jeden Preis. Und ich habe genau das getan, was er wollte. Ja, habt ihr. Und jetzt liegt das Schicksal der Allianz allein in eurer Hand. Wir werden Vader suchen. Und die Rebellen. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Jedi können so manchmal die Zukunft sehen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich war noch nie zuvor ein Jedi. Nein! Kota! Was? Was habt ihr gesehen? Eine riesige Raumstation. Bleibt getarnt und wartet außerhalb der Scanner. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Dann machen wir vielleicht etwas richtig. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn ich Sie befreie, brauchen Sie einen Fluchtweg. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann muss ich mir deshalb auch nichts anhören. Gebt wohl, Juno. Wie ist das? Wir wurden dort seit der Vers Girl. Wir wollen das. Wir werden uns mitverläuten. Wir können uns sage, es sind die Liga. Du? Wir müssen mich das. Wir sind vor allem und mit dem an den Luftgepläten. Gebt zu geben. Das ist ein dwarf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017